Ich muss meinen Chat noch bereitlegen, das habe ich jetzt vergessen. Verdammt. Ich weiß nicht, was heute schönes bei rumkommt. Für Runden. Boah, dicke Wimmer. Oh, moin. Hinter uns, hinter uns. Hab ihn. So. Auf den Himmel ab. Er wollte halt noch zum Heli. Oh, ich muss nachladen. Verdammt. Bis ich schon bin, hat die Runde begonnen. Ich habe gerade eben die... Moin, herzlich willkommen zum Stream. Ich habe gerade die Nachricht da verhalten, dass Drago heute leider nicht kann. Alright. Heute ist es zum Park. Marge, du bist schon wieder Trüppführer. Ey, die Mammelscheide, Trüppführer. Hm. Wie ist das hinten an der Startwurzel landen? Einer kann, bei Startwurzel nicht, aber einer kann... Toilettenhäuschen. Toilettenhäuschen. Okay, dann gehe ich in Toilettenhäuschen, komme dann runter. Ich werde gucken, wo ich lande. Weil das ist jetzt eine Ecke, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Dann lande da, wo wir markiert haben. Okay. Äh, sieht aus, als wären wir nicht der Einzige, bitte hinzukommen. Wo geht der hier zur Feuerwache? Nee. Der fliegt durch. Hast du ja den Brumm hier unter uns? Ja. Ja, wenn du willst kannst du auch da landen. Du musst aber ganz schnell sammeln und zum Häuschen kommen. Ei, ei. Okay. Ach, kriege ich einen Karabiner als erste Waffe, super. Pass auf, da kommt noch einer nach. Bei mir? Nee, der läuft, hängt da auf dem Dach. Nee, doch nicht, der fliegt doch noch weiter. Der ist da in dem Gebäude. Ei. Ein UC, sehr schön. Hager wird gejagt. Ja, wir jagen zurück. Puh, du kannst... Können gerne kommen? Ja, ich bin unterwegs. Und die können gerne kommen. Na, ich glaube das ist er. Ich glaub's auch. Seitdem er auch verfolgt, ist er stillstehendig. Wo sitzt denn hier rein? Ach hier. Ich leg mich hier im Gebüsch rein. Ich hab ein Scharfschützengewehr gefunden. Jetzt hauen die sogar ab, die Hunde. Tja. Ich hab ein Einsatzschild. Guck mal, ich geh mal in die Richtung, ob's auf Rundsch wird. Weil das doch nicht wahr. Wird nicht auf Rundsch. Ich komme zu euch. Gar nicht zu Rundsch. Hinter mir, hinter mir. Habt ihr sie? Geh doch mal, komm. Ich renne hier schön rum. Ich hab kein Scharfschützengewehr. Geh doch sie. Du sagst, guckst du die Verschütze? Ich würd vermuten... Ich würd vermuten... Irgendwo, äh... Auf geht zu schießen, aber ich würd vermuten... Ich würd vermuten... Ich würd vermuten... Ich würd vermuten... einmal schießen... Stellungswechsel. Stellungswechsel. ... Ich würd vermuten... Ich würd vermuten... ... gleich kommt zum P.D. die Richtung die ich sagen geht ihr schon mal vor und denken die wir sind immer ich bin immer wieder ich bin immer wieder zu wissen okay jetzt kommen wir los haben ja recht viel geld gefunden bis jetzt ja Spritze da oben ist noch eine Kiste ich geh mal hoch da ist auch Rüstung wer ist es oh verliebt die Waffe einigermaßen danke wir sind Ankerkleid oh tatsächlich ich geh auf mich nicht aber ich habe einen Schuss gehört ich habe gerade eins ich habe auch eins ich geh mal in die Mitte hoch uuuh ist aber nicht die ich verwende soll ich rüberkommen Jungs ich geh mal in den Hubschrauber schon mal auf der Brücke auf der Brücke da hinten da ist es ich habe keinen Schallsempfach natürlich auch mal Schall schießen ich habe keinen Schallsempfach auf mich wurde geschossen aber ich weiß nicht von wo ich habe einen Schallsempfach auf mich auch von dort von denen die sind noch hinten abgehauen ich habe einen Schallsempfach direkt neben mir Niceer Scheiß soll ich einfach runter wie viele Kisten wie viele Kisten ähm eine ja dann hin du 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 äh wie viele Platten habt ihr ich habe vier ja eine noch denn Ivo gibt gleich mal Geld ab dann holen wir noch ein paar Blatt ok manchmal herrscht äh habt ihr Geist? ich ja ich ja ich habe kein Blätigkeit und sogar Kundschaft da ist ich äh nehn durch Wendesee hat noch wer Scharfschütz-Munition äh ja warte kurz ähm äh Scharfschütze danke 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 ok am besten ist wir gehen wieder auf die Tür mit ok ich geh wieder auf Moin ich mach hier den Heddy noch mach ich noch im Fit hm 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 Achtung Feind oben über uns irgendwo ah da kommt er ein Falscher wer ist bei dir der will den Heli hage von hinten hab ihn scheiße ich brauche ich echt Trösten ähm wenn du wieder kommst ne ich schmeiße hier Geld runter ich habe jetzt gerade gekauft achso du brauchst auch noch Trösten ne ja ich hab nochmal Wurstel gekauft jetzt liegen hier zwei Platten ok hm ich hab eigentlich keinen Scharfschützengewehr um die Lage einigermaßen auszukundschaften wir brauchen ja erstmal keine Lage wir haben Position ja ich geh mal hier ganz hinten in mein Heli rein leg mich hin und rechne es mal auf zu wir sind ja alle Ghosts also Juck kein Schrein aber andere sind bestimmt auch Ghost also muss man doppelt aufpassen Läuft hier mal mein Turm hoch? oder macht das Turm automatisch manchmal Geräusche Windgeräusche ich kann ja jetzt nur hoffen dass Dings jetzt nicht wegen Inaktivität gekickt wird ich war heute beim neuen Friseur ey ich kann das überhaupt nicht leiden ähm im Restaurant da ist einer gelandet obendrauf ist die Markierung auf? ist jeder weg ok ah ok gut da läuft hier auch einer den gesehen? ja da mhm erstmal kurz über den Luft hm tja der kommt gleich zu uns hauptsache ein ganzes Team geht in mein Heli rein wird ja gerne mal versuchen ne hast du SIDEDs? ne leider nicht ja aber der hockt da jetzt im Busch dann der Busch geht ja auch mal gucken ob er uns zu den anderen führt äh der geht bestimmt da oben und guckt jetzt äh ah der läuft hoch der der sucht Sachen na sucht er vergebens würde ich sagen na sucht er vergebens würde ich sagen hm wird er ja gleich wieder zu uns kommen ne kommt drauf an wo die Dings ist hm feindlicher Heli der ist da runter gegangen der ist da runter gegangen ja kommt zu uns aber nicht schießen wir haben jetzt nicht hier nein 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 ich mein nur von der Zone aus ja also hier unten an der Brücke war grad jemand da war ein roter Punkt markier mal immer wo du musst keine Feind markieren du musst keine Feindmarkierung sein wir wissen ja was du sagst da unten Am roten Punkt. Ah, okay. Leg hier, falls da mein Turm hochkommt. Es gibt da... ...und da ne Treppe zum hochkommen, sonst kann er nirgendswo hochkommen. Guck mal, ob du den mit nem Heartbeat kriegst. Nee, der hat scheinbar Ghost. Okay, nicht kämpfen. Seid ein Beginner für euch. Ziemlich unter dir. Doch, Bewegung von da. 19 Meter. Jetzt weg. Wenn ihr ein Visier habt, könnt ihr euch schießen. Aber ich will die anderen Kinder noch sehen, weißt du? Ja. Der ist wahrscheinlich in die Hütten gegangen, oder? Wahrscheinlich. Oh. Team kommt. Einer schwarz. Ah, der ist auch richtig nahe kommen. Nee, da ist noch einer. Richtig nahe kommen, wenn die auf der Brücke sind. Dann haben wir das. Eins. Zwei. Es sind drei Leute. Geht ein bisschen nach hinten. Der hat ein Snipergewehr. Warte, nee. Dahinten kommen noch mal welche. Okay. Das wird da lustig. Snipergewehr kommt in unsere Richtung. Hast du gesehen? Wir haben uns 100% markiert. Wer schießt da? Ach der. Ja. Richtelbeweg sicher hinterm Turm. Mein Gesichter. Ja gut, lass die das machen. Oh. Werde beschossen. Hey, die gehen jetzt in infight? Mhm. Toll. Wenn du willst, mach. Nee, ich sehe jetzt keinen. Ich hab nur toll gesagt, ähm, keine Rüstung ab. Ach so, hier unten liegen noch zwei, ne? Musst du einmal Segel und Klettern. Am besten jetzt, wo wir keinen hier haben. Da kommen Autos. Da kommen Autos. Auf die Brücke. Aber jetzt die auf der Brücke. Auf der Brücke. Warten wir sie drauf. Jetzt. Geht auf die Brücke. Geht auf die Brücke. Was macht ihr? Ich muss erst mal auf Position laufen. Dann sagt ihr, ich bin ja auf Position. Ich hab doch so am Dix röt. Drauf gehen. Ui, wo ist ins Bruch? Scharfschütze haben. Da unten, da unten, da unten, ne? Ne. Gut. Dann sag nicht mal bitte. Da, Scharfschütze. Sonst kann ich dafür nichts machen. Das haben wir vergeicht. Das haben wir vergeicht. Die wissen, wo wir sind. Wenn wir uns jetzt direkt machen, dann muss ich vergleichen. Seht ihr die an den Container? Ey, Loser. Guckst komplett falsch. Ich habe gerade mir Rüstung reingemacht. Wie lange brauchst du dafür? Ich hab den noch nicht. Ich wollte erst mal gleich schießen. Sag einfach, ich mach was anderes gut. Dann weiß ich Bescheid. Ja. Toll. Irgendwo in der, in 300 Grad ist ein, äh, im Westen ist ein Scharfschütze oder sowas. Ja, da waren Scharfschütze. Da ist auch. Ja, der, der hat mich gerade gehabt. Na, ich komme. Oh, noch mal. Sonst ist das Tapper. Ach. Nein, 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 nein. Nö, ne, nein, nein. Es ist, ich mach, es macht keinen Spaß, sondern die Teamspieler nicht. Dann, Sock, ja, war mir. Wir hatten noch gerade gesprochen, was ich runtergehen soll, mir die Rüstung holen soll. Ja. So bin ich runter und wollte wieder hoch, und dann haben wir wieder mal. haben waren die leute da ich musste ja erst mal auf position kommen dass ich nicht auf dem kran im freien stehe da musst du sagen ich muss sagen geht nicht kann ich nicht da weiß ich dann schieße ich nicht sollte hier leben und abhauen weißt du wenn ich eine idee habe sehr schön wenn ich eine ja was sagt es denn das ist auch wenn ich nehme hier und verpüßt mich weglaufen lassen das war die mit ihm weil dann war der richter stopp wir müssen erst positionieren ja auch mal so ehrlich ich gehe zur angststeller ich nehme hier im prüfen mit prüftlich ich steig ganz weit hoch guck mal wie das aussieht bei ihm ja ist schon gut alles gut wir und die kiste bei der tankstelle holen ich überlege gerade ob ich ins farmland und rasche ich steig einfach immer weiter da ist noch ein heli der hier rumfliegt man da wird angeschossen da unten von den löschen welcher auf dem dach da kommt ein auto loser ist bei dir safe loser? ja also ich hab sie ja bis jetzt rein ja da kommt ein auto weil da fuhr gerade noch ein auto so runter runter bei der bei der kiste runter zur kiste ja ich hab doch gesagt da kommt ein auto nee auto nicht willst du einsteigen? hg willst du einsteigen? nein du lenkst ab du kannst fliegen du lenkst ab ok flieg schön hoch ja wer hoch fliegt wird schwer getroffen wird zwar schon beschossen aber steigen wir mal weiter gegner ich weiß was du vor hast ich hab das immer noch vor da vorne sind noch gegner in der richtung kann ich nicht höher steigen? ne ich bin maximale höher oder? scheiße da ist einer da fliegt ein feindlicher Heli da unten wird geballert ja der ist ausgestiegen ach der kommt auch nicht runter ja überhaupt der hat es nicht geschafft oh hm gasmaske ja sehen die mich aber hier oben nicht? ich fliege die ganze Zeit im Kreis herum ich hab mal markiert wo du hingehen könntest das ist der Heli blau ist am Rand der bleibt drin das sieht aus so jetzt fliege ich so dicht aufeinander weiß ja nicht wo er ist ach er ist unter mir ja schade 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 also direkt da unten ist einer oh ab in die zone ich probier einfach so lange hier oben auszuharren wie es geht ja schade du hast einen clusterschlag ne aber den kannst du nicht einsetzen ne doch er kann sich einmal auf die Bank setzen mit C doch auf C Drei drücken markieren und dann wieder am Heli annehmen aber du musst so hoch wie möglich ja Höhe geht grad nicht mehr ich bin maximale Höhe ja so C drücken Drei drücken sehr gut aber es ist eine falsche Ecke schade ja ich hab einfach gemacht ja besser als mit clusterschlagscher eigentlich probier ich hier oben einfach es leben noch fünf Leute ne zehn zehn Leute fünf Teams also vier Teams leben noch noch kannst du ein bisschen außerhalb der Zone fliegen ja zum Schluss gehen sie sowieso auf dich dann steigst du aus und schwebst runter ja ja ich hab halt keine Gasmaske ich bin in der Zone so gut wie erledigt egal ich lass ja in die Zone rein in die Zone rein ist ja nicht besser am falsch hin weniger sichtbar ich weiß es nicht ja was willst du ja wird doch sowieso so eng so dritter sind wir schon mal neben noch sechs einer ein ganzes Team und zwei und du weißt du was ich bleibe auch so lange oben ah jetzt fahren die ja ja aber die werden dann gleich sich selber bekämpfen mach das Alter so lange aus wie es geht und dann raus oi das war die Zone leider nicht so schnell fliegen Zone verschiebt sich Zone verschiebt sich und dann musst du hoffen dass du die Tüge bei dir weg machen jetzt machen die sich selber weg Fallschirm ziehen Fallschirm ziehen Fallschirm ziehen Fallschirm und Fallschirm loslassen da hinter die Steine hinter den Steinen beim Baum da wo die Zone hingeht da kann keiner sein ui super super hinten hier oben so jetzt musst du zwei leben da oben da oben da oben ja hier auf Platz zwei sag ich nicht nein bin krank war ja nicht so schlecht Platz zwei ich hab zum Schluss aber nur noch ausgehauen du müsst ja nicht machen was ich sage und wenn es nicht geht dann einfach nein dann mach ich doch nichts jetzt töten wir mal ein paar da müssen wir müssen wir jetzt kommen wir in der Groot und wir sind im Chat es sind sogar zwei mal wieder das ist es sind gerade online es ist gerade online Klinos das ist tatsächlich online ja und ja natürlich immer noch Da darf ich mal anzeigen. Ja, Patsch. Muss ich mir dann noch wieder einen Namen für den Stream ausdenken. Jetzt haben wir noch eine Zweitwaffe. Pistol. Wo oben auf dem Dach ist einer bei dir? Bei mir? Bei Hage. Bei mir ist hier oben auch schon mal einer irgendwo. Drei Abschüsse. Zwei. Komm, Airport. Ja. Airport ist immer gut für eine Karte. Ja. Eine Karte ist immer gut für den Bunker und der Bunker ist immer gut für Gas. Ja. Aber es ist noch in der Zone gerade noch. Ne, der Bunker ist daneben. Verdammt. Verdammt. Also schnell finden. Und los geht. Nicht zu den hinteren Hallen bitte, Bibo. Ne, ich geh zu dem orange markierten Haus. Super. Ich geh die ganz alt und komme dann ins grüne Haus. Also ins... ins bad Haus. Schlechte Haus. Bad Haus. Das grüne Haus ist doch das, was ich gemarkiert habe. Ah, Haus. In the middle of the street. Juuu. Hält, siehst du gerade hier, ne? Auf. Ähm. Da hinten runter, weil du oben siehst. Da hinten. So, glaube ich. Oh, ich hab ne Karte. Perfekt. Rote, rote Zugangsrate. Was ist das Auto? Das nächste? Da hinten. Ich komm runter. Wir suchen ein Auto und weg. Ja. Bebo? Ja. Ja. Wurde unterwegs. Kurzen Moment. Ne, wir haben einen Flugzeug. Warte, ich versuch den Heli zu holen. Geh zum Auto, ich versuch den Heli zu holen, ok? Ja. Ok. Wo ist das Auto? Ihr holt den gerade bei Flugzeugstation. Oh, fuck ja. Heli, wie gut aus? Wenn ich sage, geht einfach um auf die Polizeistation Dach. Dachpolizeistation. Wo ist das? Was ist das bitte? Dachpolizeistation. Hier, komm, helf mir. Komm her. Lande Platz oder Straße. Ich lande hinten. Hier. Achtung. Da sind welche drin. Komm, hier, schnell, 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 schnell. Ok, dann, bitte. Ich bin dran, ansteigen, ansteigen, ansteigen. Los, flieg. Ok. Aber ich hab den umgebracht. Oh, geil. Platte rein. Ihr Tupf wird, ja. Scheiße, die wissen, dass wir im Bunker sind. Nö. Doch nicht. Außerdem sind die dann viel zu weit weg. Ja, aber die, also da müssen wir schnell machen jetzt. Wenn ich jetzt sehen würde, dann handelt einer mal im Bunker. Ich würde sagen, kommt Jungs. Markiert mal einer? Ja, ich bin gerade dabei. Ist markiert. Hm, eine Minute, könnte knapp werden. Ach, Quatsch. Die Zone, die läuft ja auch noch und wir sind ja am Rand der Zone. Hm, stimmt auch wieder. Wollen wir runterspringen? Wir springen schonmal, wir springen schonmal. Land dauert zu lange, müssen wir schnell rein. Alright. 3, 2, 1. Nein, 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 nein. Rein, 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 rein. Oh. Vor außerhalb der Linkszone. Hm. Wo ist denn der jetzt sicher? Hier und da hinter mir her. Oh, ne, halt. Ja. Ein Einweihand zurück. Da vorne, oder nicht? Hier runter. Ja. Verdammt, zurückkommen. Scheiße. Beilung. Nee, 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 alles gut. Wo bist du? Ich bin hinter dir. So, habe ich recht, oder nicht? Ja. Beilung. Hier, hier, da runter, hier, ne? Ja. Hier. Hey, das müssen wir uns irgendwie... Ich komme hier oben. Anfang der Kurbank, ne? Ja. Alle hier... Alle hängen hier hart am Blut. Aber wir pissen, ich bin am schnellsten. Hm. Oh, ich habe eine Drohne. Perfekt. Das ist hier. Oh, wie ein krassbar. Ich habe eine Normaldrohne und eine Aufklärung. Hm, leckerer. Nehme ich. Wachsames Auge. Ey, ist da eine legendäre Skin. Ausrüstung, weißt du noch mal. Tauschgert. Die Kohle war auch cool. Dann jetzt Heli und ab in der Zone. Ja. Kriegt das Geld? Bald das erste. Ich will da zum Shop gehen. Was meint ihr? Ja. Aber im Shop würde ich landen, ne? Ja. Ähm, ne, ne, pass auf. Ähm, wir machen das so. Ähm, ich gebe meine Kohle schon mal ab. Ja. Okay. Bis auf einmal zurückkaufen. Dann könnt ihr nämlich gleich runterjumpen und erst mal kaufen. Es geht schneller, bevor ich lande. Ja. Ich muss kaufen. Ich brauche doch die Level. Ich bin jetzt nicht so spät. Okay. So. Da ist jemand im Haus, glaube ich. Wo ist denn? Hier jetzt der Dings. Kaufstation. Ja, und... Hallo, hallo. Ich will nicht jetzt an der Zone sterben. Keine Angst. Ich habe einfach mal random geschossen. In der Hoffnung, was zu erwischen. Soll ich eine Drohne starten? Nein. Also am besten die Liebe zuerst runter. Wenn er auf ihn geschossen wird, haut Loser ab. Jetzt runter, Bibo. Hier wo runter? Jetzt runter, Loser. Ich bin rum auf dem Dach gelandet. Ich habe dich im Visier. Okay. Wollen wir mal wieder fliegen, ne? Nö, die ist ja super. Okay. Funktioniert gut. Wir haben jetzt hier ein Heli. Wir haben jetzt hier Waffen. Wir sind regular Ghost. Oh, Mann, ey. Mann, ey, Mann, ey, Mann, ey. So, ich brauche für Ghost Z2. Dann brauche ich mein Armut für und meine andere. So, Kohle reicht. Wir brauchen Munition. Ja, Munitionskiste wollen auf jeden Fall. Brauchen noch ein bisschen Geld. Warte hier. So, ich brauche es auch geben. Kann keiner von euch eine Ausrüstungskiste holen? Ausrüstungskiste? Warte, Gott. Ja, jetzt gibt es so eine Plattenkiste. Panzerplattenbündel. Ruff. Ja, bedient euch. Na, ich bin voll. Okay. Kommt die nächste. Die Viehwände sind viel wichtiger. Holen und wieder zurück. Ich muss da gar nichts machen. Ich habe wirklich alles. Steckt sich die Effekte oder werden die einfach ausgetauscht? Die werden ausgetauscht. Boah, dann nehme ich einfach dasselbe nochmal. Äh, nein. Nicht neben, weil... Ähm, wenn ihr tot seid, können wir hier landen? Boah, jetzt ist schon zu spät. Wir haben doch alles. Okay. Zu spät. Happy Hour ist beendet. Dann werden wir jetzt mal wieder was reißen. Ich gucke mal, was so vom Prissum kommt. Wir haben ja rausgesprungen. Hat die Waffe entscheidend war? Ja, hat sie. Den sind jetzt ein feindlicher Heli. Hage, was hältst du eigentlich an der Zone lang zu gehen? Ja, ist auch scheiße. Wir sind Mitte, fast Mitte Zone. Also warum sollten wir in der Zone lang gehen? Wird sie da ja noch Verketenwerfer machen, oder was? Was war das? Rakete. Den, den Heli. Warum funktioniert meine Dings-Taste nicht, oder? Oh, jetzt verursacht sie wieder, aber jetzt nicht mehr, oder wie? Ich hätte auch noch eine normale Aufklärungsdrohne. Ich hätte eine Drohne und eine Aufklärungsdrohne. Dann mach die Aufklärungsdrohne. Gehen wir hier auf den Dings, wa? So. So, soll ich die Drohne starten? Wie, die Aufklärung? Ach, nö, 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 das sind die Drohne. Entschuldige. So, soll ich, wie, die Drohne starten? So, soll ich es von den Dings-Taste nicht mehr? So, soll ich das gut machen? Prism bin ich geschützt und gucke Richtung Heli. Ok, ich gucke auch Richtung Heli. Ich gucke nach hinten. Ich habe noch eine Ladung am Heli. C4 Ladung oder was? Jep. Find Heli in der Luft über Prism. Find Heli in der Luft über Prism. Ich versuche nochmal was mit der Streller, die da umliegt. Bisschen Angst machen. Du guckst ja hier hin, ne? Ja. Sehr gut. Sind die noch unterwegs? Ja, ich behalte die ganze Zeit. Tue ich ja die ganze Zeit. Auf jeden Fall. Ja, der, der, der. Wir sind im Prison. Da ist er wieder. Die G-G-Strahler hat leider keiner. 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 Auto. Kontakt. Ich bin weg. Und ich habe die falsche Waffe dabei. Sag mal, wenn du was siehst. Dann kommen Sie. Die kommen auch mal zu. Die kommen auch auf mich zu. Die kommen auch auf mich zu. Die kommen auch auf mich zu. Die laufen hier und vorbei. Das ist ein Cheater. Das ist ein Cheater. Nein das. Absolut Cheater. Hä? Cheater. Also die waren, äh... Das war... Das war Zuges Ziel. Ja. Ich bin der einzige, der übrig geblieben ist, wollte mich verarschen. Losa, siehst du was? Hm... Ja. Unter die Bahn. Ja, ich wäre abgelenkt. Achso. Naja. Sorry. Ich komm wieder. Die sind noch da, oder? Ja. Ich schieße auf den einen mit der Armbrust. Da ist einer. Der ist Radar, habe ich an. Dann ist da hinten einer beim Heli. Bei der Kaufstation. Und der im Wagen scheint noch einer zu sein. Wenn nicht sind es nur zwei. Ich habe auf den mit einer Armbrust geschossen. Aber der wurde nicht genockt. Also, der ist definitiv Hacker. Oh, der ist nicht richtig getroffen. Kann auch sein, dass wir drei Schutzschildern haben. Ich schieße ja schon extra Höhe mit der Armbrust. Bei unserer Kiste sind Pein oder wie? Also, bis jetzt noch nicht. Das Radar ist eben schon längst wieder weg. Das war die... Links Drohne. Die... richtig legendäre. Oh! Also, sie sind bei der Kaufstation. Jedenfalls einer von denen. Ich gucke gerade mit der Armbrust. Also, wo du warst die ganze Zeit war keiner, ja? Nee, wo ich die ganze Zeit war, war keiner. Die sind bei der Kaufstation. Ja. Im Lkw ist einer reingegangen. Lkw. Aber ich würde nicht dahin gehen. Der Lkw ist neben dir. Nein, nicht der, sondern der hinteren. Nee, nee. Der offene. Der ist gerade hinten im Gebäude. Aber ich gehe runter. Also. Langsam, langsam, langsam. Warte, warte, warte. Noch ein bisschen lasst. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ja, komm, komm. Rückzug. Er liegt gut. Geh doch mal weiter nach vorne, die Idiot. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Versuch von der Richtung in die Kiste zu kommen. Da war ich schon an der Kiste. Achso, okay. Du warst der Einzige, der nicht dran war. Nein, wenn du tot warst, kannst du doch mal dran. Das meine ich. Achso, okay. Ja, ja. Deshalb habe ich sie ja nicht geholt, damit sie liegen bleibt. Wenn das so ist... Da ist er noch, da ist er noch. Nein, da war er noch. Jetzt hast du gerade gepennt, gibst du. Ja. Hast du gerade im Chat, jetzt hast du gerade im Chat geguckt. Nee, das sehe ich nicht im Chat. Ich habe kurz auf die Map geguckt. Wo ist er? Wo ist er? Dahinter im Haus. Hinter der Ecke. Hinter der Ecke. Ich dachte, der steht genau in deinem Zielkopf, überhaupt schieße nicht. Hast du gerade ins Haus geballert? Ja. Hinter dem Haus. Nicht im Haus. Ich habe auf jeden Fall schon mal eine Klemmer vor den FW. Mann, ich habe doch genau drauf gezielt. Das hat man noch gesehen. Die gehen ein bisschen aus die Entfernung. Oh. Ich bin Ghost. Ich kann die Rutsch nicht sehen. Ich habe da eine Klemmer hingelegt. Ich hoffe nur, dass die angeht. Ich verpisse mich, weil die auf mich geschossen haben. Ja, dann geht mal beide zurück. Okay. Wir haben nichts zu weit auseinanderset an uns. Ja. Seit der drei Einzeltepper. Ja, ich bin unterwegs. Aber die haben auch genau gewusst, wo wir waren. Aber wir hatten alle Ghosts, waren alle kaltblütig. Die müssten theoretisch von theoretisch gesehen. Ich habe es nachher gesehen. Er hat mein... Ich Idiot habe Waffen falsch gewisselt. Der hat mein Zielfernrohr im Busch blinken sehen. Oh. Aber er hat nur... Aber erst als er auf euch schon war. Also, wie sie auf euch gekommen sind, war sie nicht. Hatte einer von euch einen Sniper? Äh, nein. Ich habe nur die Amrus. Ah, die könnte blinken. Die hat kein Laser. Nee, er hätte dich gerade gesehen. Nee, er hätte dich gerade gesehen. Der hat... Die hat kein Laser. Ja, du siehst auch, ähm... So. Versteck im Gebüsch. Und... Dann gucken wir richtig... Ja, ich habe aber die ganze Zeit so geguckt, mit dem Thermal. Wir sind sehr gut hier. Wir müssen... Sehr schön. Dann kommt noch eine Kiste, sehr gut. Mhm. Da muss die von den anderen beiden Ochsen bei sein. Guck mal, dass ihr auf unsere Kiste gucken könnt. Da kommen die bestimmt hin. Auf die neue Kiste, oder wie? Ja, ja. Äh, die ist natürlich hinterm Haus. Pssst, Schritte. Hinter dir. Unter dir. So, hinten, jetzt hinter dir. Unter dir. Na, komm jetzt hoch. Bibo, jetzt musst du nach links gucken. Da, stopp. Die sind mehr nach rechts. In der Richtung. Nur unter dir. Sehr nah. Da hinten auf unser. Ja, der eine von denen ist köplich, der andere nicht. Nee, zwei sind okay. Ich könnte gucken, dass ich mit der Dings draufschieße, mit der armen Brust. Niiin. Du schießt jetzt nicht. Okay. Wer legt dich da hin? Du brauchst nicht jedes Mal markieren. Ja sorry, die laufen wegen der Zone. Die laufen zur Kiste. Okay, das ist okay, dann können wir abwarten. Wir müssen nur nach hinten gucken, von hinten, also, oh, Schauschütze, das war er, das läuft doch nicht auf mich. Bist du sicher, dass du nicht leuchtest? Ich bin kaltblütig. Weil wir sind gerade auf euch. Ich bin kaltblütig, Goof. Kontrollier das gleich nochmal, sonst hätte ich weiß nicht, wie ihr dich hätte sehen können. Ich habe mein zweites Set genommen, das ist mit kaltblütig, alle sind mit kaltblütig. Guck mich mal, hast du so ein Thermalvisier? Ja. Guck mich mal an, siehst mich? Nein. Du bist getrunken. Du bist getrunken. Oh, die Zone kommt. Dann habe ich keine Ahnung, wie er ihn sehen konnte, weil er hat definitiv kann reflektieren, das Ferngloss, gar nichts. Und war von in den Büchern. Unter euch laufen die gleich lang. 100% unter euch. Herr Höfe voll bitte markieren. Runter. Unter euch. Genau vor euch. Unter euch. Ich muss nachladen. Oh, scheiße. Der hat dich wiederholt, der hat dich wiederholt. Ah, fuck. Angriff. Dann komm runter. Oh, fuck. Ich? Versteck dich da. Versteck dich da. Versteck dich da hinter. Leg dich hin. Ich bin im Busch. Keiner bei einer Zone. Wut? Na okay. Damit muss man rechnen. Das war ein harter Kampf da drauf. Der war aber ein komplettes Team hinter uns, tatsächlich. Ja, der hat sich mitgeholt. Ihr habt das nicht gehört? Dieses Pling, der holt sich einer wieder. Doch einer, ja. Aber da hat der gleich auf mich geschossen und ich hab so spät reagieren können. Ja, aber der war ja nicht tot. Der hat ja keiner getötet. Ja. Ja. Ich hab... Ja, nein, der... Ja. Oh. Hage, du bist, äh, du bist Partyleiter. Partyleiter. Nein. Leider unter der Party. Ja. Das heißt ja so... Pistole und MPs haben noch dieselben Mompeln, ne? Eigentlich ja. Aber wie... Wieso bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Da nimmt man eine MP voll ausgestattet mit. Und eine Pistole vollgeladen. Fertiges? Oder die Pistole vollgeladen. Ja, meine ich ja. Die MP voll ausgestattet, die Pistole vollgeladen. Ja. Und schnell ein Blitzmerker, das mir das jetzt nach zwei Monaten spielen auffällt. Oh. Aber mir ist das noch gar nicht aufgefallen. Aber wo du es sagst, ne? Doppelabschluss. 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 Rater raus. Zivier raus. Bunker? Nein, wir müssen ja erst noch die Karte abholen. Für Bunker. Ich rede jetzt Dings Bunker. Die anderen. Achso, okay. Können wir mal machen, können wir mal machen. Können wir ja auch. Ein bisschen abwechseln. Und dann schön an der Kranse vorbei. Und am Damm positionieren. Fürs Finale. Aber komisch, in den Transall liegt einem fast immer eine, ne? Karte. Weil er war jetzt auf jeden Fall häufig, ja. Man muss ja eigentlich übelst Glück haben, wenn man die rote und die lilanen gleichzeitig kriegt und dann noch den Bunker. Da hat man ja übelst Glück. Aber die lilanen hatten wir auch eine Zeit lang mal gefunden. Da müssen wir mal im Netz gucken, wo die Drop-Points, wo die lilanen sind. Also ich hatte von Gegnern eine aufgesammelt. Ja, es kommen, brauche ich ein paar mit. Oh ja. Eins, zwei. Ich renne gleich runden rein und nehme die nächste Waffe, die ich sehe. Na, er hat mich, hat mich. Ich würde dich gerne gerade holen, aber... Oh, er hat mich auch. Verdammt. Wo sind die? Sind im ersten Bunkerteil. Die sind ja gemeinsam rein. Ich wollte mir gerade eine Platte reinmachen und dann haben sie jetzt drauf geschossen. Oh, ich bin dran. Also runter. Ruhe, Gulag. Ist weg. Oh, das ist doch nicht wahr. Ein. Eben, ich bin weg. Scheiße, ich habe nur noch fünf Schuss. Er ist rechts. Also du bist noch gar nicht drin, das bist noch gar nicht du. Hat er gewartet. In der Mitte gewartet. Links. Nee, wir sind noch nicht drin. Hat den Salz und alle zwei. hinterlegt. Super. Okay, Bunker war doch keine gute Idee. Muss auch mal geben. Ja. Aber das wiederholen war eine gute Aktion. Das war... Hm. Blieb ja nichts anderes übrig. Ja, wenn die im Gefechten... Was war schon... Die Zeitpunkt ist erst mal erwischt. Und du hast das ja wenigstens noch nur Waffe gehabt. Ich hab schon wieder nicht, dass man die ablegen kann. Das muss man beim nächsten Mal testen. Aber ich glaube nicht, wenn du und und down bist. Nicht, wenn man down ist, aber wenn man normal ist. Kann man... Kann man normales. Ich hatte die automatische Pump, ne. Da hätte ich runter springen sollen. Da hätte ich wahrscheinlich besser getroffen, als da oben drauf zu schießen. Da hätte ich die beiden weg gemacht. Ach, naja. Und, habt ihr schon einen Titel? Sie versuchten und versagten kläglich. Der Versuch war da. Der Wille war schwach. Oder der... Der Wille war stark. Aber die Ausführung war schwach. Keine Ahnung. Wer das schaut, ist selber schuld. Ja. Anschauen erwünscht, aber bitte nicht meckern. Idiots at work. Das mache ich dann gleich später. Später. Schmerzensgeld gibt es nicht. Oh ja, komm, hier ist einer auf K. Den hole ich jetzt mit. Ja. Peter Griffin. Stand einfach um einer auf dem Dach. Gucken läuft... Bunker? Meinst du Flughafen? Ja. Vielleicht holt ja dann einer den Flughafen. Aber ich bin der Meinung, hier ist auch ein Bunker, wo ich markiert habe. Ja, müssen wir mal suchen, wenn wir da sind. Ist das nicht da hinten ein Quarry? Und Tam Dam ist noch ein Bunker? Stimmt, da ist auch noch irgendwo einer, ne? In der Gegend sind wir so selten. Ja. Drago ist da oft bei Quarry. Es ist viel zu kalt. Wenn mir sogar mehr. Der Flughafen war relativ clear. Also bei mir ist clear das Haus bis jetzt. Ich geh runter. Ich hab Präzisionschlag schon gefunden. Lass uns nicht die hinteren Hallen nehmen, sondern gleich die Hallen Richtung vorne. Das ist ein gutes Haus. Bebo Attacke. Was heißt denn? Das ist kein Sinn. Bisschen wie ich loot heute hier. Spricht für die Endzone. Ja. Jetzt kommen wir nach Halle 3 und 4. Ich geh schon mal raus. Ich geh weiter zur Halle. Das sind noch ungeloote Kisten. Hier war noch keiner. Ja. Ja, der wird ja ganz aus Druck haben was hier. Der wird ja ganz aus Druck haben was hier. Deine zu wenig Geld. Ja. Erstmal Platte rein. Oh, ich checke jetzt die Garagen ab. Gute Idee. Ich geh noch ins kleine Häuschen. Ins Vergessene. Ich mach nur eben das Nebenviertel. Ah, Geld. Hm. Hättest mal die gemacht. Hier war ne Gasmaske. Die haben genug Geld. Bebo? Die haben genug Geld. Bebo? Ja. Ja. Ich geh ins gute Haus wieder rein. Jo, ich komm mal. Boah. Hast du mir das Geld gegeben? Ja. Warum rennt der hier rum? Der würde bestimmt dein Geld abholen. Ja. Da kommen sie schon. Wo sind die? Ich hab mich also nicht genau da, aber da in der Gegend. Bebo, jetzt komm. Jetzt. Einfach los. Ja. Ja. Andere Waffe damit. Da hin und wohin. Da hin und wohin. Dann hier. Gleichzeitig. Dann wieder herkommen. Erstmal rein in die gute Stube. Jo. Hoch aufs Dach. Oh. Oh, Manni. Manni. Und jetzt wirfst du das so, dass es gegen die Balustrade geht. Balustrade? Ja. Weiter weg. Weiter weg. Auf die Erde. Dass es gegen die Balustrade geht. Oh. Aufklärung. Bebo. Oh. Hast du nicht da runtergeworfen, oder? Ja. Weißt du, du steigst halt einfach nicht auf dann. Oh. 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 Nee. Alles gut. Alles gut. Nee. Amoklauf habe ich. Oder Amoklauf, ja. Willst du die wieder haben? Da hole ich mit die. Nein, 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 nein. Kommt ja mal genieße gestern. Ich hab so'n Laser jetzt an der Waffe, das ist gar nicht gut. Warum hast du die denn immer noch drin? Das ist eine andere Waffe jetzt. Das ist die... Irgend... Nee. Nee. Alles gut, ich wollte was markieren gehen. Hat auch mich geschossen. Hat ein Shieldbreak. Ich geh noch mal kurz runter, ich wohne an der Waffe. Moment, sehe ich noch rein. Der Leute hören noch. Sie sind ein bisschen... Ich geh da... Ah. Sind die Türen alle zu? Ja. Unten auch? Ja. Erledigt. Naja. Oh, 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 oh. Ich sichere uns einfach den Rücken. Das kriegen wir nicht, jetzt machen wir selber. Du, du musst placken rein, oder? Ja. Der oben... Gehst du hinter mir, ja, ne? Nee, ich liege hier hinten. Oben auf dem Ding, da war einer. Den habe ich aber runtergezogen. Der ist immer noch da oben. Mensch, krepier doch da oben endlich. Nee, der ist runtergesprungen bestimmt. Nein, der ist noch oben. Da habe ich gerade noch, ähm... Von hinten? So, der ist jetzt tot. Der ist schon wieder in der Kohle. Aber wir sehen das von dem. Hehe. Wart ihr das, Claimers? Ja, ich... Das war ich. Achso. Ich habe das Haus nochmal extra geregelt. Und... Da hinten gibt es keinen Kaufladen. Scheiße, ist die Mauer wieder... Wie viele Kisten sind ja bei unserer gelandet. Das sehe ich nicht. Das ist hinter der Mauer. Aber... Da laufen welche hin. Beziehungsweise laufen weg. Einer läuft noch zur Kiste hin. Und der Rest verpisst sich wieder. Ah... Da läuft... Lauf und da läuft der letzte. Ich habe das Gefühl, dass die da... Ah, die Kling wieder. Oder ist weit, weit weg. Das ist wieder Single Spack. Das ist blau. Ah... Wer war das mit der Tür? Ich nicht. Das ist mal ein bisschen... Spannung. Ok, ok. 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 Wie viele Platten habt ihr noch? Ich habe noch... Drei. Ich habe zwei. Der ist hinter der Mauer. Da... Jetzt läuft der... Wo kam das? Das Maschinengewehr? Keine Ahnung. Ja. Oh... Da hinten waren zwei. Oh... Wo die jetzt... Ah... Ok. Alles klar. Ich muss leider... eine Waffe wechseln. Ich gehe einmal zur Kiste, kommen wir wieder. Ok? Ok. Oh, wo ist denn meine Panzerfaust? Oh, wo ist denn meine Panzerfaust? Oh, wo ist denn meine Panzerfaust? Die liegt unten. Ok. Ne, ne. Die ist verschwunden schon. Also... Die spawnt. Scheint so. Ich gucke nach hinten und ja... Super. Feuerschutz. Halt! Da oben. Zwei und einer ist... Ähm... auch woanders. Scharfstöpfen, da hinten. Das ist immer noch eine volle Kiste. Keiner von euch guckt in die Richtung hinten, ne? Das ist eine Claim, also soweit... Ja. Ok, ich komme... In dem Haus... Ok, ich gucke jetzt unten im Fenster... Äh, aus dem Fenster in der Richtung. Das Schöne ist, der wusste nicht, wenn ich da erwischt habe, von wo die Schüsse kommen. Irgendwo fällt runter, da ist auch noch was los. Am Himmel ist einer. Nein! Wo? Da. Am Himmel. Ah, sehr schön. Da geht einer runter mit dem Fallschirm. Das Auto. Ich dachte mir, wenn ein Auto fertig war, hätte ich einen Raketenwerfer. Ja, der... Ja, der... Ich kann den nicht markieren, ich seh den nicht. Da... Doch, da oben. Ui, da wird grad... Ich hab halt kein vernünftiges Visieres, die da gar nichts finden. Sniper? Oh, hab mich erwischt. Ich raub ins Haus. Sniper? Wenn der zu gut ist, nicht mit dem, ne? Boah, ich bin plattenleer. Heli? Wo? Falk markiert. Oh! Was ihr? Bumpel. Sehr schön. Danke fürs Bescheid sagen. Bitte. Äh... Ah. Unten. Mein Bildernäher. Tot. Der ist gleich tot gewesen. Was heißt, er war alleine? War ihr eine Tür? Nein. Okay. Bei mir. Das war ich. Okay. Ich hab die Tür aufgemacht. Ich geh mal kurz runter und hol mir da die Sachen. Aufklärungsgerät in der Nähe aktiviert. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen Kohle für Klappen. Irgendwo ist ein Aufklärungsgerät in der Nähe. Sind alle, sind alle, was? Ich bin Ghost. Wie interessiert er nicht? So, da liegt noch ein bisschen was. Was denn? Ähm... Nochmal... So ein Trommelmaschinengewehr. Aber keine Platten und so, ne? Ähm... Ne. Ich glaube... Gib mal Kohle. Ich hol mal Platten. Ja. Guckt einer aus dem Fenster aus? Warte. Ich geh... Ich geh... Okay. Bibo, aus dem Fenster ist eine Etage drüber. Wir gehen mal hoch. Bibo, hoch. Ich bin... Ich bin... Ich hab das Feld auf dem... Dings. Ich wollte... Ich wollte Bibo nur sagen oder meine. Ja, bin ich. Hab ein Visio. Sehr gut. Ich geh alles frei. Ich bin also noch eine drohe ohne. Kannst du machen. Gibt's nicht? Gibt's die? Äh... Gibt's nicht. Gibt's die? Gibt's die? Gibt's die Glamassie? Gibt's die? Gibt's die? Gibt's die? Gibt's die? Gibt's die? Da liegt noch ne Gasmaske, schnapp sie dir. Ich ja du ihn, ich guck an der Seite. Ja. Zwei Feinde gesehen, markiert. Ich hab Gasmaske. Wir kommen wieder ins Haus. So, ich hab auf die geschossen, die wissen nicht wo es herkommt. Türen unten sind sie, ne? Ja. Der ist genockt, sehr schön. Ich bin Ghost. Auto von links. Die sind unten in die Halle, ausgestiegen. Hier in die Halle. Wir sind unten im Haus, eins von beiden. Nicht schießen, nicht schießen. Halt auf zu schießen. Keine Schlüssel mehr, vielleicht gehen wir zur Dings, also. Tür von euch? Von mir. Ja. Ich bin ins Haus rein. Lass mal die Tür bitte oben auf. Einfach. Okay. Vorsicht. Mach, der fährt wieder das Auto. Ui. Sind sie ausgestiegen oder? Tod. Tod. Tod und Verderben. Da liegen Sachen. Wir nehmen uns in der Halle, die wissen jetzt. Jetzt könnt ihr auch wieder ballern. Das waren ja nicht die, oder? Also ich hatte welche, die waren da. Ne, hier rüber. Die waren neben uns in der Hand, da hat die ein Auto angehalten. Ja, ich weiß. Also habe ich mitgekriegt. Und das war das aber jetzt nicht. Ne, das waren die nicht. Der muss mir da noch aufpassen. Da habe ich auch schon ein bisschen geärgert. Oh, ist der letzte zubeigetreten? Da bin ich. Kommt noch ein Auto? Tür, Tür, Tür. Das bin ich. Ich mache aus der Sehne immer die Tür zu. Das oben die Tür bleibt am besten auf. Ja, ich drücke aus der Sehne immer. Achso, achso, okay. Ich kriege aus der Sehne immer einen Herzenfall. Moment. Was läuft hier falsch? Wieso? Alles gut. Ich muss mal was ganz kurz nachprüfen. Da oben auf dem Dach sitzt, ist einer. Lieber, du weißt, dass du auf der Seite bist, wo die Leute sind, ne? Ja. Also, wenn die Migrate umballern. Da habe ich gerade ein Fahrzeug lang gefahren, das habe ich gesehen. Da war ein Auto. Hallo? Da rennt jemand? Da ist einer. Ja, K.O. Boah, gehen da viele Kisten runter. Beim Haus, ne? Ja. Da sind zwei, die kämpfen gegeneinander. Oder? Ne, es sind zwei. Ja. Wer war das? Ich. 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 Alter Falter, da haben wir eine Tiste. Da oben. Da laufen kommen. Ja, da hinten wird fightet. Wir sind mitten. Wir sind mitten. Wir sind mitten drin. Das lassen wir uns nicht nehmen, Jungs. Bleib ein bisschen vorsicher. Zur Not geht rein, okay? Ja. Ich geh rein. Ich geh rein. Ich sicher das Haus. Hast du noch eine Panzerfaust? Eine habe ich noch. Ich. Ich. Weil da in dem Ding sind zwei Leute drin. Denkt an die Munition. Loser bringt das wirklich was für was? Ja, ich treffe da. Da sind drei, vier Leute. Weil du clearst ziemlich genau, wo wir sind. Ich glaube, wir müssen nicht wandern. Oh, perfekt. Bis jetzt. An dem Flugfeld nach unten gucke ich. Ich gucke im Haus. Zu Not? Genau. Ibu, kommst du auf die Seite, wo wir dich retten können zu Not? Ach, du? Ich komme. Ja, ja. Kannst du an der Tür noch ein bisschen machen. Oh, ich kriege gerade schützige Finger. Jetzt müssen die auch alle nehmen, aber rauskommen. Wir sind drehen. Auspassen, ob sie stattdessen. Oh, unten. Ja, wenn die dich jetzt wegmachen, hast du echt? Tut mir leid, das hat uns selbst verballert. Unten sind zwei, bei der Garage. Jaja, das haben wir doch die ganze Zeit gesagt, auf die müssen wir aufpassen. Ich hab nicht gedacht, dass sie mich sehen. Auf die müssen wir aufpassen, gesagt. Mit Anzeigen, mit Anzeigen. Die Clamer hier oben. Die sind drinnen. Ah, nein. Gefinished. Nein. Da ist noch einer. Gefinished. Okay. Ich dachte, eliminiert. Jetzt unten alleine rühren. Da in den Gang, da im Haus. Ich gucke rein. Ganz langsam runter, wenn du willst. Oh. Ich könnte mir das Dach abhauen, ne? Der ist der, der Renter. Der ist der, der Renter. Der ist in meinem toten Winkel. Hab ihn, sieben ausgelöscht. Lass mal, Platten rein. Ich hab keine mehr. Durchschlusses raus. Vor die Mauer, bis vor die Mauer noch. Und da haben wir ins Gucken. Du guckst nicht. Hinter dir. Einmal hinter dir. Hinter uns. Einmal. Klar. Okay. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie sind hier drüben. Da sind sie. In dem Haus. Da sind sie. Oh, ich bleib' etwas. Die müssen zu dir, die müssen zu dir. Bleib' da, bleib' da. Oh. Zieh, zieh, zieh. Nein! Oh. Komplexes Magazin hab ich rausgeballert. Ui, Platz 1. Warum bist du was und zieh' raus in die Mauer? Guck. Kann sein, dass du den Kopfhörer zu leidest? Äh. Den Spiel, den Spiel Sound? Ich hab' sie doch gehört. Hab' ich doch gesagt. Hm? Ich hab' sie doch gehört. Ich hab' sie doch gehört. Ich hab' die mobile Deckung gehört. Nein, äh, die Schritte. Schon neben dir. Die kamen ja angelaufen. Weil du dann weg ging's, als sie anlaufen kam. Da muss man gucken, ob du dann, äh, ob du die Schritte laut genug wirst. Ja, muss ich dann noch mal gucken. Toll, hab' ich mich hinter einer Mauer versteckt, aber da haben sie von der anderen Seite geschossen. Das war übrigens gerade mein Fehler, weil ich hab' eliminiert gedacht, als du gesagt hattest. Ich dachte TeamWipe, weil sie... Ich hab' nur gefinisht gesagt. Ja, hast du auch. Hast du auch. Ich hab' TeamWipe gedacht. Ne, das war erst als der andere Tod war. Oh, ne, deshalb. Neue Follower. 28 hast du ja. Moin. Werde ich machen. Kann er schnell auch mal kurz. So. Ähm. So. Ähm. So. Follow for follow. Und los geht's. Yes. 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 a. Yes. We are on the camera, kater Flieger. Habe einen weggesäbelt. Und noch eine, bin gegen Gebäude geflogen. Oh, er kann mit Granatwürfer. Ja, habe ich auch schon so gedacht. Aber Bunker wäre auch nicht schlecht. Müsst ihr jetzt entscheiden? Ja, wir gucken. Bebo, der ist Führer. Nein. Der Truppanführer ist Loser. Na gut. Das wird lustig. Da war noch viel vorne, ne? Ja. Ich gehe hier hinten in die Garage. Okay, hier auf das blaue Wach. Ich gehe auf mein Haus noch so wie immer. Keine hier bei uns gelandet. Oh, ich habe eine rote Zugangskarte gefunden. Ja, dann. Ab zum Bunker würde ich sagen. Ich brauche wenigstens eine Waffe. So, machen wir Zeit. Ist ja auch vielmehr nicht so weit. Und ist auch in der Zone. Genau. Du bist für mich der Gartenfuchs. Hm. Ich ruhe schon mal den LKW. Oh. Ich fahre hinter den Häusern her. Achtung. Dann kommt. Ich bin drauf. Ich bin drauf. Los geht's. Okay. Wir haben Ende der Kurve, ne? Pfff. Auch daneben. Tja, der hat auch einen gehabt. Aber daneben. Zum Glück. Hast du gerade deine Waffe fallen lassen? Hm. Hast du deine gold... Hast du deine goldene Piste? Eine goldene Dessert? Ja. Mit Schalldämpfer. Ich habe nur eine andere. Ich habe eine kleine Piste. So. Am Ende der Kurve. Ja. Und. Butter. Das ist doch nicht mal. Ah. Genau. Hier hinten lang. Und dann von hier oben. Bis die Hand nehmen ist schneller. Soll ich dir was sagen? Wenn wir finden, ne? Hier alles zu machen. Und dann da drinnen warten bis es zu Ende ist. Wenn wir Glück haben, ist das hier genau zu und Ende. Aber zu machen kann man ja nicht. Ja. Du gibst mal was Text geht. Spezielles Munitionsgeschoss und alles? Dicke fette Waffe. Nochmal ich. Und nicht Munitionsgeschoss und sogar. Sturmgewehr. Es ist besser, Stromgefähr oder LMG mit Schalldämpfer? Oh, hier ist ein Clusterschlag. Hier ist noch ein Clusterschlag, was jemand will. Hey, wer klappt mir die Sachen? Hier ist noch ein bisschen Geld. Die goldene war meine, du und? Sie sind noch zwei goldene. Hat keiner Platz mehr für Cluster? Ah doch, gut. Hier ist ein Präzisionsschlag. Hier ist jemand da. Ich brauche Punitionen. Das ist viel wichtiger. Was denn für welche? LMG. Brauche ich selber. Ich habe eine Munitionskiste. Wo seid ihr jetzt? Ja, sind alle hier. Oh, lecker. Muni. Hier, willst du nicht die Gassen, äh, Westengrabwester haben? Nein, die andere meinte ich. Ach, die? Egal, egal, egal. Die ist im Vogelgold. Vergoldet. Das ist noch das gleiche. Ja, ist das okay. Ich habe Spezialmunitionen geladen. Welche ist das denn? Das ist kleiner. Das ist große, okay. Gut. Also rein theoretisch, ne? Müssen wir hier raus. Aber rein theoretisch könnte man auch hier erstmal warten. Jo. Ich hätte zwei Claymoos. Das ist halt noch doof, wenn wir noch keinen Gaus und kein gar nichts haben, ne? Ja. Sagten die eben Kohle, ne? Die reicht. Vier. Ne. War beim Armerbunker. Ja, beim letzten Mal. Hier, da wäre was. Gehen wir da hoch und gucken mal, ob es da oben was gibt, ne? Wir haben alle einen Cluster und einer hat eine Präzision. Ja, ist doch schön. Hier schon, blutet. Der Armer kann noch gucken. Wenn da keiner drin ist. Es zumpft noch überall hier. Ich höre das. Summiges, ne? Können wir ja das Haus erstmal für... Auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch Kohle, ne? Ey. Ich hab hier Kohle. Bohnen Kohle. Ja. Bebo. Bebo Kohle. Bebo, ja. Ist das halt oben, der eine? Oder? Komm hier runter. Aber es ist ja beide unten, ne? Aber es ist ja... Aber es ist ja klar, ja. Da fliegt ein, äh... Dieses Geld. So, da. Und jetzt ne Lauf und Kohle ne Kiste. Da fliegt ein, äh... Da fliegt ein, äh... Leben. Ich hab... Schmeißt du dann hier in den Garten. Dann haben sie es schön. Schön, schön, äh... Zeit zum Bluten. Bock. Oh, die landet doch auf dem Dach. Ne, tut sie nicht. Das ist gut. Das ist gut, die ist gut. Äh, mit Goose, dann Tack und Tack. Ja, ich hab' keine Spezialmunition mitgeladen, aber das juckt mich nicht. Die sind auch vergoldet, so Grabsweste. Also, es ist noch ungelootet. Oh, Fensterscheiben ganz lassen, wenn's geht. Ja, ja, mach ich. Vielleicht nach oben hier. Findet mal kurz AFK? Boah, ich hab... Hier hab ich Claymore gesetzt. Vielleicht noch eine... An der Tür. An der Tür. Soll ich noch eine hier in Treppenwinkel platzieren? Nee, hier. Warte mal. Hier eine hin. Da? Ich geh da hin. Ich rekorier das letzte. Ich platziere Claymore. So, kalbblütig, Ghost und Kunstschaffler. Das heißt, ich sehe feindlich hier in explosives durch Gebäude. Durch Wände. Da ist wieder ein Hybrid. Klack, klack. Hm, das ist auch ein Hybrid. Da ist unser Ausrüstungslicht. So, das ist auch ein Hybrid. Hm. Hm, nicht zu sehen. Verdammt. haben wir schon kontakt da ist es kommt einer lassen reinkommen da kommt noch einer der hat mich das gibt es noch nicht das war nicht die sind beide direkt unter uns komm noch mal 3 ja die war blendgranate ich konnte nichts sehen ja wir waren im bunker bin drin ich bin wieder draußen du ich bin wieder draußen ich bin auch draußen hagel ist unten in der hütte auf mich gehen die nicht ansehe soll ich bei der ausrüstungskiste landen ja die ist relativ gut sonst komm sonst hast du ja nicht ich komme ich auch bei mir könnte ja sind auch der kommt von hinter dir ist glaube ich ins haus ja in die vorte er ist weg ist einer ins haus rein einer ist ins haus rein ich habe glas verbrochen gehört das war ich bin raus also hier ist oder die einmal zusammen achtung abend die kohle die verbetrifft bei der tankstelle ist einer ich versuche noch platten zu holen also in der alteste kümmern kommen wir glaube ich nicht mehr ran leider abend die kommt jetzt hierher das reicht Wo? Agieren bitte? Jaa. Ist nicht ein besserer Weg, wo wir raus können? Wie es aussieht sind die in dem Gebäude drin und kommen nicht mehr raus, weil sie hauen nach hinten ab. Sind bestimmt nach hinten ab. Hinter dem LKW werden sie schon fast safe. Versuch's noch da zu kommen. Ich rücke vor. Das nächste Teil in dem Haus ist was. Ah fuck, bin ich doof. Was machst du? Ich wollte eine Granat reinwerfen. Was hast du geworfen? Blau. Blau ist was. Ja, ich habe blau ab. Blau shield. Ich gucke ob irgendwas hinten rausläuft. Ich habe nichts oben mit dem Laser. Das ist kacke. Nochmal blau, der ist oben noch drin. Er hat Granate geworfen. Nein, wir haben mich. Der eine ist tot. Genau, mach mal. So, ich habe die beiden gefinisht. Wieder lahm. Einer ist nur drin. Einer ist nur drin. Einer ist nur oben. Der sitzt genau in die Ecke rum. Aber hin. Aber ist immer noch nicht eliminiert komplett. Da ist immer noch irgendwo einer. Irgendwo ist noch einer. Ja. Aber nicht alleine. Das ist alles klar. Draußen ist was. Erstmal Rüstungsmädeln. Ich habe nur Waffen mit Leisern. Ich habe nur Waffen mit Leisern. Da gehört? Da. Da am LKW ist einer. Da sitzt am anderen Ende des LKWs. Teard Break. Einer kommt hin. Oh. Einer kommt oben. Einer kommt oben. Einer kommt oben. Scheiße, du kotze. Vorhin wieder. Bitt noch rein. Bitt noch rein. Bitt noch rein. Bitt nach links habe ich noch. Der macht doch eh. Okay. Oh geil. Haben die alle keine Kohle mehr? Die Hunde? Scheinbar nein. Mal kurz durch. Ist auch ne Panzerungstasche, wenn du willst. Oh nein. Hast du, ähm, Dings? Ja. Was? Geh zum Laden. Platten kaufen. Ich habe kein Geld. Platten kaufen müssen wir hier. Ja, mach. Da läuft's gut. Da läuft's gut. Bitt laden platten kaufen. Ja, die Zone kommt schon. Zu spät, zu spät. Das ist die Zone. Deswegen, ich bin die ganze Zeit gelaufen wegen der Zone. Äh, wir haben wieder Platten kaufen. Hast du Platten drin? Ich hab 5. Äh, hast du noch welche? Ja. Wie viel? Drei. Gib mir mal drei her. Dass ich wenigstens aufschlade. Einmal. Hier ist noch ne Kiste. Nie kaputt haben die Platten. Na, Entschuldigung. Hier ist noch ne Kiste hier hinter. Ja, mach auf. Oha, Ligi. Mit Laser. 300 im Schuhfilter. Oha. Das blaue Haus ist in der Zone. Ich hab noch einen Clusterschlag. Oh. Es reicht. Kohle reicht für mich. Würde für mich reichen. Ähm. Gib mal Kohle her. Aber genau. Versucht vom Dach Richtung Blau zu fliegen. Ja. Aber auch nur wenn ihr wollt. Oh, ist rum. Ja, muss sowieso hin. Richtung Blau fliegen. Oha. Hier kommt man ja nicht raus. Oha. Ihr macht mich fertig. Ihr lauft ungünstig. Jetzt links. Da hinten rechts. Drüber springen gleich. Drüber springen. Andere Richtung. Andere. Das ist das Bauhaus noch. Da durch. Und jetzt kommt es bitte. Oh. Widerholt. Widerholt. Glaub ich, oder? Ich glaube, ich bin weggezogen. Ich glaube, ich bin die Ecke hoch. Lager, das ist das drin. Widerholt. Du widerholt. Wenn sie dann nicht sicher bayern. Äh. Da ist er doch. Da ist er doch. ich hab ja ich konnte mich nicht ich war ich hab gehängt rissungsbruch von rechts hinterm tank war jemand der gesehen wie ich auf den eingeschossen habe verlichten an geld da achtung dahinten da bei dem tankding war jemand da ist jemand Kann ich bei dir rein? Äh, Zone kommt. Hast du eine Platte zufällig? Ja, hab ich. Nice. Ja, hast du noch einen Ersatz? Puh, ich bin auch Ghost. Super. So, haben wir aber Glück gehabt, dass auch die Auslieferung hier gelandete, wa? Das hat die nicht geholfen. Leise. Ich hab mal markiert, weil da ein Zug ist. Ja, vorsichtig. Hinter uns. Das ist ja nicht. ja mich, ja mich um die Ecke, ich komme um die Ecke wir müssen dann sofort loslaufen ah ne, das ist ja noch nicht weben wir noch viel zu viel von hinten kann eigentlich niemand kommen von da? ne, scheiße wir müssen hier an der Wand lang am besten in den Zug dahinter rennt einer gerade in den Zug rein ja das ist nicht schneller bei der Mitte da ja, der sitzt ja in der Ecke ja, der war gut getarnt, wa? ja, den hab ich ja auch drauf geguckt, der spielt ja keine Ahnung Platz 6 mal sehen wie der Punktbestand aussieht hey, Platz 2 ich hab was gehört ich hab was erreicht boah, wie ärgerlich, ich guck drauf ich seh ihn nicht ne, ich auch ich gucke, der Fuß da ach da, scheiß Entität Entität, Symbleme also mal gucken, Dossier Punkte oh, ich hab über eine Million Punkte bei einer Million? ja, guck mal, du hast 678 Fights ich habe 441 gut gut, trotzdem wär's denn besser aber Abschüsse ja, ich bin auf 2 Durchschnitt 08 ich bin auch schon auf jetzt auf 05 so, ich hab ich hab jetzt meine Waffe umgehendert ich hab jetzt keinen Laser mehr in der Waffe das ist sehr schön eine geht auf jeden Fall noch ja, einen mach ich auch noch einen noch was war was war mit deinem Vater? keine Ahnung was mit Drago war der scheint drüben jetzt gerade allein zu spielen oder mit irgendjemand anders ich kann mal kurz drin ich kann mal kurz gucken seit einer halben Stunde ist er offline so er wird wahrscheinlich escape von Tarkov oder so spielen oder der guckt einfach mainstream, kann auch sein dann würde der ja wenigstens im Chat drin zu sein Pader, richtig gute Punkte gemacht die letzten 4 Spiele ja ja wir mit 6 bei uns aber aber wie es aussieht ist Bayern Meister, wahr? jo gegen Hertha hat sich aber dort sehr schwer getan ja ja ein Tor, ne? alter ist ein Treppeabschluss oh der dachte der ist runtergelaufen der dachte ich bin runtergelaufen er hat mich schnell erwischt er hat mich schnell erwischt P90 bis ich unten bin ist die Runde begonnen wenn der nächste Tag nochmal Granaden abschmeißen per Ort Pfff oah oder die Bunker und gemütlich rein können wir auch gehen wir mal Bunkern machen wir letzte Runde mal ruhig ja falls es ruhig ist letzte Runde war ganz gut der Bunker war heute noch nicht ruhig hab ich grad bei euch auch rumgepackt in der Cutszene weil ich war grad der ich sah grad genau so aus wie ihr obwohl ich einen anderen Operator habe ja das kommt schon mal manchmal machen alle die gleichen Waffen guck mal manchmal triffst du die auch genauso wie wir das ist dann auch Zufall ja 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 ich hab aber vier Abschüsse geschafft das war bisher eine sehr gute Runde für mich nein das ist ja alles gut ich gönn dir jeden einzelnen Abschuss aber ich komm mit meinen Seiten tatsächlich besser klar als mit dem normalen Sturmgewehr ehrlich? ja du bist krank für unnormaler Typ ja hoch nicht aufprallen da hat so ein Sturm renn doch uah eine Spritze super komm dann ist nicht oben drauf weil ich unten reingehe mit einer Kiste wo wird geschossen? wo wird geschossen? ich nicht ich will auch nicht das mache nicht auf rein ein bisschen mit einer Kiste die Kiste die Kiste die Kiste die Kiste Gehst du wieder hoch? Ich komm von deinem Leiter nicht, ey. Hast du denn einen Auftrag? Hm, wohlig. Weißt du denn für einen Auftrag? Kopfgeld. Achso. Hä? Wo ist denn? Der ist doch... Wo ist denn Klaus? Die sind gegenüber. Manni. Die Deckung. Wie viel Geld hier einfach rumliegen lässt. Wir haben dich ja. Ich bemerke schon, ich bin schon der Aufraumdienst. Ich bemerke. Ich glaube ich hab unsere Person gefunden. Das ist da im Stings drin. Wiggeschnappt. Da war noch jemand. Ja. Super. Ähm. Ich würde sagen da hinten hin. Feinde in der Nähe? Nein, da hinten hin. Also von der Zone weg. Hage, du gehst kämpfen oder? Nein, ich wollte nur eine Mine auf die Straße legen. Vielleicht fährt hier zufällig alle hin. Achso. Jetzt komm ich. Hier ist ein Quad theoretisch. Ich muss mal schnell hin. Ich muss noch bei der Haus rein gucken. Ich muss noch bei der Haus rein gucken. Geld mit dem Mundi. Gib mir mein Geld. Wo bist du? Brauchst du meins auch? Ja. Ich mach eben mit dem Auto eine Tour. Bin sofort wieder da. Alles klar. Oh, ich hab maximale Plattenanzahl. Nee, ich bin ausgerüstet. Dann geht irgendwo ein Clusterschlag runter. Aha. Wie viele Drohnen haben die bitte? Wie viele Drohnen haben die bitte? Bleib da, bleib da, bleib da. Ich nenne. Nee, nee, nicht du. Ich geh zu. Geht auf euch oder wie? Nein. Soll ich mich dahin bewegen? Na, jetzt kannst du auf die Straße kommen. Jetzt kannst du auf die Straße kommen. Oh, ich weiß nicht. Äh, so da. Klack. Und das. Ach, Mist. Kommt sofort wieder. Dein Fonditionsbüste liegen lassen. Oh, wir marschieren langsam. Scheiße. Na, ich will mir jetzt da. 200 Monitionsbüste gefressen. Ah. Da kommt ja auf euch zugefahren. Da kommt ja auf euch zugefahren. Geh die Stellung. Von hinten. Obwohl, der blickt ab. Da oben. Hm. Hüpft drauf, hüpft drauf, hüpft drauf. Hüpft drauf. Hüpft drauf. Hüpft drauf. Hüpft drauf. Hüpft drauf. Okay. So. Ich stehe ein bisschen drinnen. Ich hoffe, du siehst was. Alles gut, ich hab jetzt halt was. Ah stimmt, ja. Da war ja was. Ja. 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 Ich wurde angesnipert von da raus. Wollen wir uns hier in den Weg stellen? Wollen wir uns hier in den Weg stellen? Ja, nein? Ja, komm mal. Okay. Ich hoffe nur, dass ich... Aber in der Zone, oder? Ja, wir machen hier oben. Dann bauen wir ein Auto. Denkt an. Ich hab ja noch keine Waffe mit Thermal, das ist mein Hauptproblem. Aber der wenigstens ist der Laser weg. Näher lassen, näher lassen, näher lassen. Habt ihr, seid ihr in Stein in Stellung? Ich bin Stellung. Also. Wurde beschossen. Äh. Puh, am... Na ja, super. Am Rand entlang, würde ich sagen. oder? Ich wohne auch eben. Ein Snipergewehr. Scheiße, ich habe keine Munition. Für was denn? Gewehr. Schauschütze, habe ich 24. Sniper habe ich 40. Ich habe nämlich ein bisschen in der Sicht, weil hier sind zwei Kisten. Willst du, warte, ich habe Munition. Ach, Fatschhage ist ja dein. Ich werde sagen, irgendwas ist doch da faul. Schade, da komme ich noch an die beiden dran, ne? Ne, ich glaube, die sind in der Zone. Ne. Ne, ne. Willst du Munition haben? Ja, 60 Schuss wären super. Klasse, danke. Was nehme ich mit? Da können wir noch mal Platten holen. Ähm. Und dann kommen wir sogar auf zehn Platten. Ja, okay. Platten bin ich Max? Ja, ich habe Max immer. Okay, hier auch. Ich auch. Ja, da wo es blau ist, würde ich sagen. Da wo es blau ist, okay. Hier über den Hof. Ja. Die Zone ist schon am bewegen. Ja, deshalb, ja. Zum Glück, dass das nicht auf unsere echte Kondition geht hier. Ja. 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 Aber noch sind wir schneller als die Zone. Zum Glück. Dann kommt die Zone. Ja. Wir haben sowieso gleich sonst gestern. Ja. Ich habe mir noch das Code. Okay, sondern weiter. Ja. grödes fenster es wird nicht durch diese ohne schönes weil ich Ich vermute, dass auf dem Touren wir hier sind. Hast du jemand das gesehen? Da kommt ein LKW. Das Häuschen da? Hier rüber. Das ist keine Person. Fetzter heilen lassen. Fetzter, macht die Tür zu? Ja, ist zu. Ich könnte verriegeln mit Clamer. Brauchst du eigentlich nicht. Wie es aussieht müssen wir an Militärbase. Hier, dahin. Da fliegt ein Heli. Flugzeugwrack. Da fliegt ein Heli rum. Hage. Da so oben erstmal will ich sagen. Müssten wir eigentlich laufen, ne? Ja. Wir sollten jetzt schon da her gehen. Ja. Los geht's. Runter und dann. Hup. Wollen wir hin blicken. Achtung. Achtung. Vor uns. Da waren wir hier? Ja. Okay. Gerade rüber gelaufen. Also einen habe ich gesehen. Da ist ein Felser da. Ja. Der will bei dem noch nicht schießen. Nein. Wir gehen hier vorne an die Felskante. Und wenn der dann auf dem Feld zusammen. Der will bestimmt zum Auto. Das Auto steht. Da fährt ein Quad. Geparkt. Denk dran, ne? Das ist da geparkt. Ja, Quad fährt. Er ist wahrscheinlich der Typ, den wir gesehen haben. Mit dem Quad. Der kommt jetzt auf uns zu. Einen runtergezogen. Hier oben ist jemand gestorben. Die Panzerungstaschen. Die sind ein paar Sachen. Ah. Fuck. Von hinten nach oben. Schaffst du so eine Wecke? Ja. Hallo. Bewegung. Ja, komm, 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 komm. Schieß der. Ah, ich konnte nicht mehr. Schade. Durch die Wand. Ja, ja. Ich bin im Gulag. Ich bin durch. Ich hab's nicht geschafft. Der Kampf geht los. Mach dich bereit. Links. Sehr schön. Danke für Bescheid sein. Tja. Ach, mein Auftrag. Bin einer. Wer hätte er denn genommen? Ich hab ihn zu spät gesehen. Also es war schon wer da. Da ist er. Ne. Ist er ne, ist er ne, ist er ne. Brauchst du da. Warum tust du grün gegen grau? Psst. Er war sofort tot. Er war sofort tot. Da ist er. Ja. Der hat er. Da ist er. Ich hab zu empfehlen. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Da ist das. Ich hab ihn hier. So. hinter dir ne dann die nicht hoch ne würde ich auch nicht machen das sind die die uns geholt haben sicherlich lad mal nach dann am doch einfach rechts am wachtturm ach da war noch einer hinter dir kam auch noch einer am wachtturm ja nein ich habe mich gesehen also manchmal ist ja eine kurze runde oder ja aber ne schon nach 12 ne ne dann bin ich raus ich bin raus nach 12 ja ich auch und kriege ok dann an alle die zugucken danke fürs zuschauen ich werde jetzt gucken ähm da muss ich kurz gucken ähm da ja gute nacht ihr beiden ja 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 ja